Berufsbilder werden sich durch Innovationen und Maschinen grundlegend verändern. Der 19. Bundeskongress des ÖGB. Von 12. bis 14. Juni. Denn es ist der Mensch mit seinen Wünschen und Bedürfnissen, der in der Zukunft ebenso wie heute im Mittelpunkt stehen muss. Sei live dabei unter bundeskongress.at und Hashtag ÖGB Kongress. Untertitelung des ZDF für funk, 2017